Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von LKW-Werkstatt-Simulator 2015 mit mir, Ben Hoshi. Auf der Suche nach dem kaputten Teil, was durch Hitze beschädigt worden sein könnte, kann... Oh, der Zylinderkopf war es. Okay. So, was ist der? Da haben wir noch eine Dichtung und die wird es nämlich... Genau, die ist es nämlich auch. Die können wir nämlich gleich mal im Inventen. Kann man ja gar nicht so verprüfen hier nochmal. Traurig, traurig, traurig. Oh, Inventar. So, die können wir erstmal... Verkaufen. So. Oh, haben wir es denn. Oh, Zylinderkopf und Zylinderkopf-Dichtung. Genau. So. Äh, da. Haben wir. Ja. Aber, da ja das Ding hier im Arsch war... Wie komme ich denn jetzt da unten ran? Ich will nämlich dieses blöde, äh, Schwungrad hier unten mal überprüfen. Okay. 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 also so ok oh ne oder oh mann so warum geht das hier, oh das geht wieder nur von oben, ey ich krieg hier ne macka da wechselt man hier schon vorne mit hinten oh mann so und wieder hoch manno komm schon oh ne oder na mal willst du mich jetzt hier so veräppeln ja was soll ich denn hier noch alles machen machen ey jetzt sagt mir nicht dass ich das getriebe dafür ausbauen muss oh fah ey da krieg ich doch ne macke hier NO das macht KEIN spaß könnt ihr mit mir glauben Hmm. Oh, man, eh. Das Schlimme ist nur, dass das Spiel hat mir immer... Ah, okay. Oh, man, man, man. Das Spiel hat mir immer so viel Spaß gemacht. Und jetzt kriege ich jetzt... Oh, scheiße, jetzt mal reparieren kann. Okay. So, eh. Schauen wir mal. So, Zylinderkopf hatte ich mir einen neuen geholt, anstatt ihn zu reparieren. Verflucht, aber naja, egal. So, Zylinderkopfdichtung. Kurbelwelle haben wir repariert. Ja. Dann kann es jetzt eigentlich nichts mehr sein. Ich bin mal. Das war's für heute. Untertitelung im Auftrag des ZDF-Holster Bloß das Getriebe, die wir alles richtig haben, machen wir ehrlich. So, von unten müsste es ja das gewesen sein, erstmal. Oh man, oh man ey. Oh man, oh man. Oh man, oh man. Oh man, oh man. Okay. Ach, den scheiß auspuffen müssen wir ja auch noch wieder ran machen, ach, das ist doch. Ja, das mit den scheiß Schellen hier, wie gesagt, es gehört nun mal mit dazu, aber es nervt. So, dann haben wir das erstmal alles zusammen, jetzt geht's nach unten wieder. Ich hoffe zumindest, dass das auch dann gewesen ist, ey. Weil noch mehr kann ja nicht kaputt sein. Ach, so rumwunder. Ach, so rumwunder. Oh Gott, so, juhu. Ja. Oh mein Gott, ich hab's geschafft. Ja, Gott sei Dank. Freude, Freude. Oh. Gut, das war's dann aber auch schon wieder für heute. Äh, ne, 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 ne. Wenn ich euch weiter, äh, helfen konnte oder ich euch weiterhelfen konnte, ja. Lasst mir einfach ein Däumchen nach oben da, da freu ich mich riesig drüber, äh, schreibt mir in die Kommentare, äh, schaut meine anderen Let's Play rein, vielleicht ist da was bei, was euch interessiert. Und, ja, dementsprechend abonniert mich auf meinem YouTube-Kanal, würde mich sehr darüber freuen. Ähm, ja, wir haben's jetzt endgültig geschafft und, okay. Äh, ja, also dann, äh, wir sehen uns dann morgen. In der Hoffnung, dass ich hier mal alle Teile zusammengekriegt habe. Und, ja, also, ich wünsche euch was. Bis morgen, euer Ben Hoshi.